In diesem Video zeigen wir von iDog Europe dir, wie du bei deinem Galaxy S20 das Backcover austauschen kannst. Die Reparatur ist relativ leicht, da nur das verklebte Backcover gelöst werden muss und keine weiteren Bauteile ausgebaut werden. Du solltest etwa 30 Minuten dafür einplanen. Für die Reparatur empfehlen wir dir folgende Werkzeuge. Hochwertige Werkzeuge und Samsung Original-Ersatzteile sind verfügbar unter www.iDog.eu. Alle Links zum Ersatzteil und zu den Werkzeugen findest du in der Videobeschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der Reparatur. Schalte das Gerät zu Beginn aus, um während der Reparatur Kurzschlüsse zu vermeiden. Das Galaxy S20 wird über das stark verklebte Backcover geöffnet. Aber Achtung! Nach einer Reparatur ist das Handy grundsätzlich nicht mehr wasserdicht. Das Backcover kannst du lösen, indem du den Kleber erwärmst und rundherum mit einem flachen Werkzeug zwischen Backcover und Rahmen fährst. Werkzeuge wie das iPlastics oder das iFlex eignen sich zum Öffnen besonders gut. Das iFlex ist besonders flexibel, hat abgerundete Kanten und ist sehr dünn, aber trotzdem stabil. Außerdem benötigst du mehrere flache Plektren und einen Saugnapf, um das Backcover zu lösen. Nimm eine Heißluftpistole oder einen gewöhnlichen Haartrockner und erwärme allmählich den gesamten Rand des Backcovers. Erhitze dann das Handy gleichmäßig für etwa 1-2 Minuten und achte dabei darauf, dass du es punktuell nicht zu heiß machst, vor allem in der Mitte, denn dort befindet sich der Akku. Setze den Saugnapf am unteren Rand des Geräts auf und ziehe daran, um einen kleinen Spalt zwischen Backcover und Rahmen zu erzeugen. Wenn das Backcover stark gesplittert ist, kannst du es mit Paketklebeband bekleben. So hält der Saugnapf besser und du verletzt dich nicht an den Glassplittern. Achte auch darauf, dass keine Splitter ins Gerät fallen. Versuche dann, mit deinem Werkzeug in den Spalt zu gelangen. Mit dem iFlex ist es etwas einfacher als mit dem iPlastix, das aus Metall und etwas stabiler ist. Mit dem iFlex kannst du aber auch einfacher den Rahmen deines Geräts zerkratzen. Daher empfehlen wir, sobald wie möglich mit einem Kunststoffwerkzeug weiterzumachen. Schiebe dafür das iPlastix unter das iFlex in den Spalt. Dann kannst du das iFlex herausziehen. Erwärme dann erneut die Stelle, an der du weiterarbeitest und führe dein Werkzeug weiter am Rand entlang. Achte darauf, mit den Kanten des Werkzeugs den Rahmen nicht zu zerkratzen. Damit sich der Kleber nicht wieder verbindet, kannst du mehrere Plektren nutzen und in den schon gelösten Teil stecken. Gehe dann am gesamten Rahmen entlang und löse somit nach und nach den Kleber. Setze, falls nötig, mehrmals an und erwärme zwischendurch immer wieder. Schiebe das Werkzeug nicht zu weit in das Gerät ein. Sei dabei im Bereich der Kameras besonders vorsichtig. Hier sieht man den Kleber. Er befindet sich vor allem am gesamten Rand. Begleiche jetzt dein neues Backcover mit dem alten. Kann sein, dass du noch die Abdeckung für die Kameras oder das Mikrofon übernehmen musst. Löse sie mit Heißluft und setze sie im neuen Backcover ein. Bei einem Original-Samsung-Backcover von iDoc ist die Abdeckung und das Mikrofon schon dabei. Die Ersatzteile und passende Werkzeuge findest du in der Infobox unter dem Video verlinkt. Bevor du das Backcover anbringst, prüfe, ob sich noch alte Klebereste auf dem Rahmen des Geräts befinden. Entferne diese, damit das neue Backcover flach und bündig aufliegt. Entferne die Plastikfolien über den Klebeflächen des Backcovers und positioniere es dann auf dem Gerät. Lege es erst vorsichtig auf und drücke es fest, wenn es richtig mittig liegt. Erwärme das Rückglas nochmal mit Heißluft, damit sich der Kleber wieder verbindet. Achte aber bitte, dass das Smartphone nach der Reparatur nicht mehr hundertprozentig gegen Flüssigkeiten geschützt ist. Solange der Kleber abkühlt, kannst du das Rückglas mit den Fingern festdrücken oder leicht beschweren. Dein Smartphone ist jetzt repariert und wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal. Hochwertiges Werkzeug, Ersatzteile und Zubehör findest du bei uns im iDoc Store. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.